Es ist Creepypasta-Dive Sie waren in Panik und verschwanden nach weniger Zeit mit ihren Kindern vom besagten Spielplatz. Was da genau passiert ist, kann sich der anwesende Beamte der Polizei auch nicht erklären. Von dem Mann im Bärenkostüm ist nichts weiter bekannt. Aber das achtjährige Mädchen, Sandra Fliechsmann, wird seit den heutigen Tagen vermisst. Untertitelung des ZDF, 2020